Und dann in diesem Bild, wo sich dein Leben für immer verändert hat. Mir ist komisch. Ah, mein Kind kribbelt so. Der Biss des verstrahlten Schauspielers gab dir unglaubliche Kräfte und kinetische Energie und ließ dich in dieses wahnkindige Kostüm schlüpfen. Ich bin ab jetzt Tin Quimsen. Hier kommt der Kind Quimsen. Hallo. Warte. Lass mich in Frieden. Ich gehe jetzt ins Bett. Aber es ist 10 Uhr morgens. Nicht in diesem Bild. Mann, der hat echt Depris. Der braucht jemanden an seiner Seite, der ihm wieder einen Kick gibt. Wie nennt man so jemanden? Ach ja, Kumpel. Das riecht nach einer Aufgabe für... Hey, Cosmo, wander. Ich brauche dringend eure Hilfe. Sollen wir auch in das Heft kommen, Süßer? Nein, aber ich wünsche mir ein scharfes Kumpelkostüm. Perfekt. Ich kämpfe gegen das Unrecht als... Clef, das Doppelkinn-Wunder. Und mit meiner Drahtseilklaue kann ich von Bild zu Bild schwingen. Ich mag Polizisten am liebsten zum Frühstück. Als Spiegelei. Und ich mag Polizisten am liebsten, wenn sie nicht mit so einem Dings gewendet werden. Das ist Cleft, das Doppelkinn-Wunderkind. An meiner Heldensprache muss ich wohl noch feilen. Hilfe! 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 Auweia! Die Bronze-Reknie-Scheibe hat den Bürgermeister von Kinsinetti als Geisel genommen. Die Schurke. King Crimson wird Ihnen auch dieses Mal das Handwerk legen. Zwing mich nicht, das hier zu benutzen. Ich muss den Kinnwerfer einsetzen. Das Kinnwerfer-Signal. Ich weiß, was ich tun muss. Hey, du solltest jetzt eigentlich in Aktion treten. Warum tust du es also nicht? Weil das alles eine Lüge ist. Es passiert nicht wirklich. Warum soll ich in Aktion treten? Diese Leute brauchen Hilfe. Sie wurden erfunden und sie sind darum wirklich da. Genauso wie die Gefahren, der sie schweben. Vielleicht hast du recht. Ja, ich habe recht. Nie mehr Zweifel! Nie mehr Zweifel! Keine verwirrenden Gedanken mehr. Gleich geht's weiter mit, wenn Elfen helfen. Oh, meine Lieblingssohn. Na schön, wenn du die bronzene Kniescheibe nicht aufhalten willst, dann tu ich es. Oder auch nicht. Hättest du es nicht rasieren können? Zwing mich nicht, das hier zu benutzen. Ken Crimson ist immer noch ein Superheld. Er wird mich schon retten, oder? Komm schon raus, Ketchup! Naja, eins steht fest. Ich bin nicht wirklich in Schwierigkeiten, stimmt's? Wenn ich wirklich in großer Gefahr wäre, würden mir Cosmo und Wander zu Hilfe kommen, oder? Komm schon raus, Ketchup! Ken, du musst endlich zu dir kommen. Die Stadt braucht dich, die Welt braucht dich und ich brauche dich auch. Es macht nichts, dass du nur erfunden bist. Für mich gibt's nicht wirklich... Außerdem, was würde Eddie, die erfundene Wüsten-Rennmaus, sagen? Chance!